Hallo liebe Freunde und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Seit über drei Jahren teile ich Informationen über Kryptowährungen, einschließlich verschiedener Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie man von Kryptowährungsarbitrage profitiert. Mit dieser Methode können Sie in nur 5 Minuten bis zu 10% auf Ihre Investition verdienen. Heute werden wir Solana für unsere Arbitrage-Strategie verwenden. Die Preise von Kryptowährungen ändern sich ständig. Daher werde ich keine genauen Zahlen angeben, da sie wahrscheinlich anders sein werden, wenn Sie dieses Video ansehen. Das ist jedoch der Vorteil von Kryptowährungen. Ihre Volatilität bietet zahlreiche Möglichkeiten, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Wir werden die Preisunterschiede zwischen den Börsen nutzen, um Geld zu verdienen. In diesem Video werde ich dich Schritt für Schritt durch den Arbitrage-Prozess führen, damit du mitmachen kannst. Einfache Strategie. Kaufe niedrig, verkaufe hoch. Unser Ansatz ist ganz einfach. Wir kaufen eine Kryptowährung wie Solana an, einer Börse wie Binance, Coinbase oder Bybit. Und verkaufen sie dann auf Coinarts. Solana wird normalerweise auf Coinarts 10 bis 15% höher gehandelt als auf Binance. Der gesamte Plan besteht darin, Solana auf Binance zu kaufen und es schnell auf Coinarts zu verkaufen, um etwa 15% Gewinn zu erzielen. Die erste Börse, die wir verwenden werden, ist Binance, die größte Kryptowährungshandelsplattform seit 2017 mit einer großen Präsenz in den sozialen Medien. Die zweite Börse ist Coinarts, die seit 2019 aktiv ist und eine starke Anhängerschaft auf Instagram, Telegram und Twitter hat, sowie hohe Bewertungen auf Trustpilot. Jetzt Sie über die Börsen Bescheid wissen, können Sie anfangen, Geld zu verdienen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Links zu beiden Börsen in der Videobeschreibung überprüfen. Lass uns mit einer Anfangsinvestition von 6.000 Dollar mit unserem Arbitrage beginnen. Gehe zuerst zur Coinarts Website, finde die Einzahlungsseite und kopiere die Solana Adresse. Besuchen Sie dann Binance. Gehen Sie zum Abschnitt Kryptowährung abheben. Wählen Sie Solana aus und geben Sie die Coinarts Wallet Adresse ein. Geben Sie den Transaktionsbetrag ein und klicken Sie auf Abheben. Sobald Solana Ihrem Guthaben gutgeschrieben ist, können Sie, gehen Sie zur Handelsseite und verkaufen Sie Solana zu einem Preis, der 10% bis 15% höher ist, als der Preis, den Sie auf Binance bezahlt haben. Zum Beispiel habe ich Solana im Wert von 6.000 Dollar gekauft und es für 6.840 Dollar verkauft, was einen Nettogewinn von 840 Dollar einbrachte. Lassen Sie uns nun den Gewinn auf eine Wallet abheben. Ich werde meine Gelder zurück zu Binance abheben. Für eine erfolgreiche Abhebung gehen Sie zum Tab Geld abheben. Geben Sie Ihre Wallet Adresse ein. In diesem Fall Binance. Kehren Sie zu Binance zurück. Suchen Sie den Tab Einzahlen und wählen Sie zur schnelleren Verarbeitung USDT TRC20. Dann kehren Sie zu Coinants zurück. Geben Sie die Binance Wallet Adresse ein und geben Sie den Betrag an. In meinem Fall 6.140 Dollar. Klicken Sie auf Gelder abheben und das Geld wird auf Ihr Binance Guthaben überwiesen. Das ist alles dazu. Dieses Video zeigt, wie Sie mit einer Arbitrage Strategie Gewinne erzielen können. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Sie Ihren Einzahlungsbetrag und Ihr Einkommen mit jedem erfolgreichen Handel erhöhen können. Schnelle Ergebnisse. In 10 Minuten und wenigen Trades 840 Dollar gewonnen. Ich empfehle Ihnen, diese Strategie zu nutzen, solange sie noch effektiv ist. Danke fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und Ihre Kommentare unten zu hinterlassen.